Tagesenergie, Samstag, 11. Dezember. Checken Sie alles in Bezug auf Weihnachten gut durch, machen Sie sich eine Liste, dann kommen Sie nicht in Stress. Hüten Sie sich auch vor Illusionen. Beim Einkaufsbummel auf bequemes Schuhwerk achten, denn die Beine sind heute durchaus etwas empfindlich. Denken Sie nicht nur an die anderen, sondern auch an sich. Ihre Haare sollten Sie besser erst ab morgen wieder pflegen und partnerschaftliche Unternehmungen bauen Sie heute auf, denn Sie sind sehr kommunikativ. Heute läuft alles etwas querelig. Es gibt viele kleine Zwischenfälle und Ablenkungen. Das zerflettert die Arbeitseinteilung. Nehmen Sie sich also besser nicht zu viel vor. TV 21 Austria. Einfach anders.